Guck mal, was ist das? Bei was für einem Format sind wir hier? Das Format wurde für uns ausgewählt und es wird die Frage gestellt, hör zu, wie viele Zähne hat ein Mensch normalerweise? Normalerweise steht da, da steht normalerweise. Wie viele Zähne hat ein Mensch normalerweise? Bin ich kein Mensch oder was? Ja, es ist scheiße, weil du die Frage auch noch stellst. Ja, deswegen ja. Mobbing.